Zillertaler Weihnacht. Besinnliches in der stillen Zeit des Jahres. Das ist die bereits traditionelle Tour Zillertaler Weihnacht. Die Zellbergburm und die Fetzigen präsentieren bekannte vorweihnachtliche Titel und auch Einkompositionen. Genießen Sie Konzerte in einem besonderen Ambiente zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Die Zillertaler Weihnacht können Sie vom 30. November bis 19. Dezember in einem stimmungsvollen Ambiente genießen.